Erstmal ganz herzlichen Dank. Wir haben lange hin und her überlegt, was man nach dieser fantastischen Bach-Motette überhaupt noch singen kann. Ob man überhaupt noch was singen kann. Wenn Sie jetzt gerne tatsächlich nur ein Stück hören möchten, singen wir für Sie ein Vaterunser von Alexander Wulic. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.